Hallo Leute, hier Max Gotzler und ich bin hier im Haus Steinfelds bei der Anja Leitz. Und die Anja war ja schon bei mir im Podcast, ist die Autorin von Better Body, Better Brain und hat hier ein richtig geiles Biohacking Bed & Breakfast hingebaut. Und ich habe die Chance, es zu besichtigen. Und Anja, genau, erstmal herzlich willkommen. Danke, Max, freut mich, dass du bei mir bist. Richtig gut. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Und wir haben uns Folgendes überlegt, jetzt nachdem ich schon hier bin. Habe ich die Chance, die Anja alles Mögliche zu fragen. Macht das schon die ganze Zeit. Aber, da wir so tolle Gespräche führen, dachten wir, wir könnten die aufnehmen. Ihr könnt Fragen stellen und wir zwei beantworten die. Ich tue mein Bestes und Anja beantwortet die Fragen. Übrigens, erste Frage, warum hat Max einen Nikotinkaugummi im Mund? Ich würde sagen, die Frage gebe ich gleich zurück. Warum habe ich einen Nikotinkaugummi im Mund? Weil ich Max einen gegeben habe. Die Frage ist, warum habe ich Max eingegeben? Diese und viele mehr Fragen könnt ihr jetzt uns stellen. Und wir bemühen uns, diese so gut wie möglich zu beantworten. Wir nehmen es auf und in den nächsten Tagen bekommt ihr dann das Video. Wir haben jetzt so richtig viel Zeit, miteinander zu chatten. Alles zu analysieren, verrückte Fragen zu stellen, auszuprobieren. Und wir machen das, was ihr gerne wissen wollt. Also schießt los. Wir freuen uns.